Blumentöpfe gibt es in zahlreichen Formen und Farben, eckig, rund, rund oder einfarbig. Doch nicht alle eignen sich für jeden Einsatz und für jede Pflanze, daher solltest du dir vor dem Kauf eines neuen Topfes überlegen, welche Eigenschaften er mitbringen soll. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Blumentopf-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Ich habe vor kurzem die Keramik-Blumentöpfe von La Jolie-Müse gekauft und könnte mit meiner Entscheidung nicht zufriedener sein. Die Packung mit zwei Töpfen ist sowohl in achteckiger als auch in runder Ausführung aus strapazierfähigem und hochwertigem Keramikmaterial erhältlich. Die klassische Farbkombination aus Gold und Grau ist atemberaubend und verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz. Diese Töpfe eignen sich perfekt für verschiedene Pflanzen, Kräuter, Kakteen und Blumen und sind somit vielseitig für jede Innen- und Außenumgebung geeignet. Obwohl sie kein Abflussloch haben, hatte ich keine Probleme mit Überwässerung. Die Größen sind auch perfekt für jede Fensterbank, Balkon, Tisch oder Bürodekoration. Beruhigend ist die Tatsache, dass der Verkäufer bei Problemen eine volle Rückerstattung und Rücksendung anbietet. Insgesamt kann ich die Keramik-Blumentöpfe von La Jolie-Müse jedem empfehlen, der hochwertige und stilvolle Blumentöpfe sucht. Auf Nummer 4. Ich habe vor kurzem die weißen Bälle wo kleinen Sukkulenten Töpfe mit Bambusschade gekauft und könnte nicht glücklicher sein. Dieses Set enthält drei hochwertige Blumentöpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie ein stilvolles Tablett aus Bambus. Jeder Topf hat am Boden ein Ablaufloch, um ein Überwässern der Pflanzen zu verhindern, und das Tablett fängt überschüssiges Wasser auf. Die Töpfe eignen sich perfekt für kleine Sukkulenten, Kakteen oder Blumen und haben ein modernes, minimalistisches Design, das in jedem Raum gut aussieht. Besonders schätze ich die glänzende Oberfläche der Töpfe, die sich leicht reinigen lässt. Diese Töpfe sind vielseitig und können sowohl für die Innen- als auch für die Außendekoration verwendet werden. Sie eignen sich perfekt für einen Schreibtisch, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer oder sogar eine Terrasse. Insgesamt bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden und kann diese Töpfe jedem wärmstens empfehlen, der nach einer stilvollen und funktionalen Möglichkeit sucht, seine Pflanzen zu präsentieren. Außerdem gibt es mit der Geld-zurück-Garantie wirklich keinen Grund, sie nicht auszuprobieren. Auf Nummer 4. Ich habe vor kurzem die weißen Bälle wo kleinen Sukkulenten-Töpfe mit Bambusschade gekauft und könnte nicht glücklicher sein. Dieses Set enthält drei hochwertige Blumentöpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie ein stilvolles Tablett aus Bambus. Jeder Topf hat am Boden ein Ablaufloch, um ein Überwässern der Pflanzen zu verhindern, und das Tablett fängt überschüssiges Wasser auf. Die Töpfe eignen sich perfekt für kleine Sukkulenten, Kakteen oder Blumen und haben ein modernes, minimalistisches Design, das in jedem Raum gut aussieht. Besonders schätze ich die glänzende Oberfläche der Töpfe, die sich leicht reinigen lässt. Diese Töpfe sind vielseitig und können sowohl für die Innen- als auch für die Außendekoration verwendet werden. Sie eignen sich perfekt für einen Schreibtisch, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer oder sogar eine Terrasse. Insgesamt bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden und kann diese Töpfe jedem wärmstens empfehlen, der nach einer stilvollen und funktionalen Möglichkeit sucht, seine Pflanzen zu präsentieren. Außerdem gibt es mit der Geld-zurück-Garantie wirklich keinen Grund, sie nicht auszuprobieren. Bei Nummer 2 Das selbstbewässernde Topfset von Cenacchio ist eine ausgezeichnete Wahl für Pflanzenliebhaber, die ein problemloses Gartenerlebnis wünschen. Das Set aus drei hochwertigen Blumentöpfen hat die Maße 18 x 17,5 cm und ist somit perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Anzeige für hohen Wasserstand ist eine fantastische Funktion für diejenigen mit einem vollen Terminkalender oder unerfahrene Gärtner, die Über- oder Unterbewässerung verhindern. Dieser selbstbewässernde Topf ist ideal für Personen, die gerne reisen, da er über ein 500 ml Wasserreservoir verfügt, in dem Pflanzen bis zu zwei Wochen gedeihen können. Das Set enthält außerdem sechs Kokosquell-Tabletten, die eine hervorragende Drainage und Belüftung fördern. Darüber hinaus ergänzt das schicke Design des Topfes jede Inneneinrichtung und das Set eignet sich sowohl zum Verschenken an kleine als auch an große Gärtner. Insgesamt ist das selbstbewässernde Topfset von Cenacchio eine praktische und stilvolle Ergänzung für die Sammlung jedes Pflanzen-Niebhabers. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Der Fox N Fern Planta M ist ein wunderschön gestalteter Blumentopf, der sich perfekt für den Innen- und Außenbereich eignet. Sein minimalistischer Look und die matte Oberfläche verleihen ihm ein hochwertiges Aussehen, und der Abflussstopfen im Boden ermöglicht einen einfachen Ablauf von überschüssigem Wasser. Dieser aus Fiberstone handgefertigte Blumentopf ist 70% leichter als Keramik und lässt sich daher leicht bewegen. Zudem ist es UV- und frostbeständig und damit ideal für den Außenbereich geeignet. Der Durchmesser des Topfes von 25 cm macht ihn perfekt für größere Pflanzen. In Kombination mit dem Fox N Fern Pflanzenständer Größe M entsteht ein stilvoller und moderner Look. Außerdem sorgt die lebenslange Garantie für ein langlebiges Produkt. Insgesamt ist dieser Blumentopf eine großartige Investition für Pflanzenliebhaber, die ein langlebiges und stilvolles Zuhause für ihre Pflanzen wünschen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.